Wir haben Eugen und Max gebucht zu unserer Hochzeit von Aiko, das bin ich, hi, und Tanja, das ist sie. Hi. Und ich habe das eben zu Eugen schon gesagt, das ist ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde her. Ich bin den ganzen Abend arschfroh, dass wir Eugen und Max dazu gebucht haben. Ja. Auch wenn es Geld kostet, auch wenn es nicht wenig Geld kostet, aber Leute, ihr müsst das definitiv tun, weil ihr sonst... Das rettet euch alles. Das rettet euch den Arsch. Wir hatten super, also bis jetzt hatten wir einen super tollen Abend und wir sind auch ganz froh. Es wird gelacht. Genau, wir haben gelacht, wir haben geweint. Ich bin Deutscher und ich habe auch deutsche Familien dabei, die sind ein bisschen spießiger, selbst die wurden von den Sitzen geholt und haben mitgemacht. Jeder Cent, den ihr bezahlt, den wir bezahlt haben, hat sich bis jetzt definitiv rentiert. Also, wenn ihr meint, das kostet zu viel, das ist zu teuer, das ist Blödsinn, glaubt es mir, glaubt es meinem Schatz, glaubt es meiner Frau. Gold wert, die Jungs. Gold wert. Ja, wirklich. Also jeden Cent und vor allen Dingen, wir sind ganz glücklich, dass wir Eugen vor allen Dingen und Max dabei haben, weil die waren, die animieren die Leute zum Tanzen, die machen richtig, richtig tolle Stimmung und wir sind ganz, ganz glücklich, dass wir euch haben. Absolut. Also definitiv, ganz top Entscheidung.